Kann ich jetzt hier gleich rumspringen oder was? Ich darf nicht sagen, selbst waschen. Selber waschen, soweit kommt es noch. Hausordnung, nur eigenes Personal darf waschen. Ja, geht es bald nach Hause? Ich muss nach Hause. Ich bin seit neun Jahren in Deutschland. Ich habe Angst immer. Diese Angst, wie eine Freund mit mir, egal Nacht, Tag, Dunkel, Hell. Wir gehen in die Lager. Weil jeder Revolution auf der Straße begann. Wir müssen heute starten. Keine Mensch ist illegal. Jedes Lager ist illegal. Jedes Abschubung ist illegal. Jedes Beflücht ist illegal. Wir müssen hier protestieren. Ich habe diesen Boden betreten und akzeptiere diesen Boden. Und das Gegenteil. Dagegen auch erwarte ich, meine Rechte auch zu mir zur Verfügung gestellt wird. Ich habe es verstanden. Jetzt muss ich kämpfen und meine Rechte zurückbekommen. Wir kommen. Applaus Du hast du da nicht gewusst. Du hast du das Anna. Es war das Anna. Du bist dabei. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020